So, ich hab dann jetzt hier auf neue Runde mal gestartet. Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wir spielen heute mit... Habt ihr den Killer gesehen? Was ist das für ein Killer? Keine Ahnung. Mit Bourbon Kid und White Man. Es war so nur so flüchtig. Nur flüchtig? Ich höre jemanden, der hier arbeitet. Ich höre es kloppen. Hallo, Basti. Hallo. Ach, hä? Bist du da? Ja, ich bin dir gegenüber. Ich arbeite nicht. Du arbeitest nicht? Es gibt zwei Grüne. Ach, loi. Dann bin ich mit dem anderen am Arbeiten. Ich bin beim Bus. Ich nicht. Ah, was ist denn, Idiot? Nein, der Killer kommt. Der Killer kommt. Also, das ist die Vanshee? Ich weiß es nicht. Nein, das ist der Trapper. Achso, okay. Dann ist es noch auf. Nein! Ach, was macht ihr beiden? Scheiße! Oh nein, er macht es kaputt. Oh, fuck off. Ja, scheiße. Wenn du beim Bus, zum gelben Bus hinterlegen bist, kannst du teilen. Ich weiß ja nicht, wo der gelbe Bus ist, du schlaue Berger. Der Typ, der kommt mir auch hinterher. Glaube ich. Dann darfst du gerne wegbleiben. Nein, ich bin tot, ich bin tot. Fuck. Der hat mich. Nein. Scheiße, ich habe ihn nicht gesehen. So ein Müll. Fuck off. Bei mir lebst du noch. Ja, er hat mich aus dem Fenster gezogen. Ich hänge es am Haken. Kann bitte jemand von euch mich reißen. Ich bin unterwegs. Aber es ist kein Kämpfer, immerhin. Der kommt in eure Richtung. Basti. Das glaube ich. In eurer Weiterrichtung. Keine Ahnung. Warte, er ist wieder bei mir. Der holt eine Falle und setzt die vor mich. Der hat eine Falle vor mich gesetzt. Wer heilt da den anderen? Ich. Wenn die mir helfen soll. Der ist in die andere Richtung weggerannt. Ja, wenn die mir helfen soll, soll die auch... Direkt vor mir liegt eine Falle. Ich bin dir immer im Echthelbieren. LOL, war das knapp, Mann. Ich hätte es gerade fast verkackt. Komm, weg. Folg mir. Ja, was? Wohin? Egal, der Killer ist in der Nähe. Ich bin weg. Ja, ich weiß. Aber wo ist... LOL. Er war direkt hinter mir und ich habe es nicht gecheckt. Und ich habe ihn auch betäubt. Wie geil. Oh, scheiße. Ihr seid da, dann ist er auch hier. Ja. Ja, hab ihn nochmal. Ich habe es schon wieder geschafft. Wie geil. Die Musik ist auch etwas schneller geworden bei mir. Ja, wenn. Der ist direkt hinter uns. Du rennst ihm gerade entgegen. Ich renne ihm gerade entgegen. Oh ja, ich sehe ihn. Ja. Soll ich mal an ihm vorbeirennen? Ja, dann holt er dich. Bisschen dreist. Ich glaube auch. Ich mach mal weiter. Der ist schon wieder hinter mir. Och Mann. Ich bin wieder beim gelben Bus. Ja, ich bin nicht. Das ist doch jetzt dreist. Scheiße. Was ist der? Warte, Gott. Der ist direkt neben mir. Oh nein. Nein. Okay. Entkommen. Lol. Ich höre den hier, aber ich weiß nicht, wo der ist. Entkommen heißt noch nicht, dass er dir nicht weiter hinterher ist. Ja, ich weiß. Der ist bei mir in der Nähe, aber wo hier genau ist er in die Frau? Oh scheiße. Gott, da kommt er. Okay, das ist dreist von mir. Das ist richtig dreist. Shit. Ja, ich hab schon gehört. Der kommt direkt zu dir. Ich bin ja auch gerade in der Falle reingehend. Ja, ja, ich weiß. Aber, naja. So, jetzt muss ich jemanden finden, der mich heilt. Ja, ich hab gleich auch noch, weil das ist das nächste Mal, wenn ich hänge, dann darf ich direkt, ähm, nicht wehren. Habt ihr irgendeine Angabe, wo ihr circa seid? Nö. Ich muss erstmal gucken, ob der jetzt nicht hier irgendwo neben mir ist. Ich hab jetzt gleich einen Generator fertig. Ich bin beim Hügel. Ja, ich hab schon einen fertig. Ich bin beim nächsten Generator. Ich bin direkt weg. Oh, ich hab mich gerade erschrocken. Dabei war das nur die Wand. Ah, hier ist jemand ein Generator gemacht. Scheiße. Achso, du bist das. Ben, ich bin direkt neben dir. Dre dich mal um. Oh, ich seh's. Ja, ähm, das müssen wir geheilt werden. Da ist er, da ist er, da ist der Trapper. Wo? Der ist da, gerade hinten lang gelaufen. Ich renne wieder zum Bus. Ich seh' nicht. Fuck. Ich seh' nicht. Was ist er denn? Er ist in deine Richtung unterwegs gewesen. Ja, aber ich seh' ihn nicht, man. Der hat mich nicht gesehen, cool. Ich ihn auch nicht. Ich bin bei so einer alten Holzhütte. Blechhütte. Oh, ich seh' ihn. Ich seh' ihn. Wo ist er denn? Ja, er rennt genauer an, man, der ist sonst in einem Ausgang, oder? Scheiße, nee, er ist hinter mir. Ah, ich seh' einen. Ich seh' einen von euch. Ja, ja, das bist du. Ja, das bin ich, das bin ich. Ja, aber der Herzschlag wurde ganz schnell, nee. Ich seh' meinen Herzschlag wurde ganz, ganz schnell. Aber ich heil' dich. Danke. Das heißt, der ist hier irgendwo, wenn der Herzschlag ganz schnell wurde, ne? Ach, Basti. Ich guck' auch. Leon. Hä? Wenn der Herzschlag schneller wird, dann ist der da. Dann ist er bei dir in der Nähe, ja genau. Ja, okay, alles klar. Weil, gerade eben war er nämlich dann direkt hinter mir oder so. Ja, dann heil' mich. So, dann hälst du jetzt aus, schau, dann kann ich mich hier drauf konzentrieren. So, komm schon. Basti, er kommt. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Ich seh' auch nicht. Aber ich seh' ihn, der ist nämlich direkt links an uns vorbeigelaufen. Was? Links? Der ist hinter uns. Was? Ist irgendwo hinter uns. Ich seh' ihn nicht. What the fuck? Ich geh' meinen, die Hütte. Ja, ich auch. Komm, da muss doch irgendwas sein. Ja, da ist auch schon jemand dran. Scheiße. Oh, nein, wenn, was verkeigt. Oh, scheiße. Ja, wir haben erstmal weg. Ist er hier irgendwo in der Nähe oder was? Ja, ist er. Aber ich weiß nicht genau so. Ja, ich seh' ihn schon. Er ist schon auf dem Weg da rein, oder? Ja, ja. Er ist schon da bei der Hütte. Okay. Ist schon da. Gut zu wissen, ich bin in der Hütte. Ja, er ist jetzt da. Er läuft jetzt außen rum um die Hütte. Er legt jetzt, er legt eine Falle da hin. Ja, ich seh's. Okay, nein. Durch, am Fenster. Wenn du aus der Hütte durchs Fenster abhaust, dann... Wo ist der? Ja, er ist jetzt hinter der Hütte. Ach, da ist er. Ja, ich seh' ihn jetzt nicht mehr. Ja, ich seh' ihn. Ist er noch an der Hütte? Nein. Ah! Er ist draußen. Er hat mich nicht gesehen, weil er hinter Basti her ist. Wie geil ist's. Wow, das ist kacke. Und mein Herzschlag wird schneller? Ja, er ist hinter Basti her. Ja, ja. Aber wenn mein Herzschlag aufstehen, dann würde... Der ist in der Hütte, der ist in der Hütte. Oh, scheiße. Ich renne mal weg. Ich war gerade am sabotieren dran. Was hast du denn versucht zu sabotieren? Den Haken. Ich wollte den Haken kaputt machen. Achso, okay. So, zwei. Oh, oh. Mein Herzschlag wird immer schneller? Wo ist diese Scheißfalle? Äh, irgendwo unter einem Fenster. Wenn du... Aber draußen. Draußen. Okay. Scheiße. Dann versuche ich mal die Falle hier zu finden. Ich glaube, er ist hinter mir. Die Musik ist jetzt auch dran. Ich laufe und renne und renne und renne. Lol, der ist bei mir. Oh ja, er ist hinter mir, ja. Scheiße. Was, wo, 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 wo? Arsch. Sag auf. Wo ist der denn? Nein, ich liege. Ach, direkt neben mir. Oh, leu. Ich bin direkt hinter dem Hügel. Ich bin, äh, auch voll in der Nähe. Basti, gehst du ihn retten? Dann kann ich... Ich entschärfe nämlich gerade mal die Falle, die er hier gemacht hat. Das Problem ist, dass... Ich denke... Ja. Wir befreien dich. Ich bin halt noch nicht... Ich bin nicht full life, ne? Hat der irgendwie eine Falle vor, da zu legen? Ja, da. Was soll ich denn? Ich bin verletzt. Der holt mich jetzt gleich wieder Hilfe. Loil, du bist schon runter? Hast du einen Fluchtversuch gemacht? Ja, jetzt fliegt schon wieder auf den Boden. Bist du geflohen, oder was? Ja. Loil, das hat funktioniert. Das ist doch nur nur 5% schon. Ich bin lieber in quasi rüber gesprungen. Du musst jetzt gleich mit Space, äh, ganz schnell hintereinander drücken, wenn du jetzt das zweite Mal hängst. Du bist direkt down. Ja, du bist in der Nähe. Ja. Kannst du ihn retten? Ich weiß es nicht. Wenn er ihn jetzt bekämpft, dann nicht. Ich weiß nicht mehr mehr, wo der Killer ist. Ben halt durch, ich muss erst die Falle entscheiden. Da! Der Killer sitzt bei mir, ja. Ihr habt Zeit, ihr habt Zeit ohne Ende. Okay. Das liegt nicht, nämlich. So, du bist draußen. So. Ben, bleib stehen, bleib stehen, ich kann nicht heilen. Ja, okay. Bleib stehen. So, und guck dich bitte um, ob der hier irgendwo... Ja, ja, mach ich, ja. Deswegen, ja. Basti da eine dreist. Ach, da hinten. Ja, die hat zwei Zins. So. Okay, dann rennen wir und holen Basti. Mach das. Aber hier ist doch auch schon ein Ding fertig. Ja, Ben, wir müssen nur noch die Ausgänge finden. Versuch mal einen Ausgang zu finden. Ich versuch Basti zu retten. Alles klar. Der lässt die eine liegen. Was ist der? 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 Wo ist der denn? Der steht da gerade rum. Der wo? Bei dir? Ja. Bin da. Jetzt geht er vorbei. Er geht gerade weg. Zum nächsten Mal. Ich hab mal Ausgang gefunden. Jetzt kann man mich retten. Jetzt kann man mich retten. Ja, ich bin leider noch nicht bei dir. Der Killer ist bei mir. Der Killer ist bei mir. Los. Bei mir ist auch ein Ausgang. Da muss man nur noch verraten können. Ich glaube, ich schaff das nicht mehr. Ich schaff das vor mir da. Ich mach ihn auf. Ich mach ihn trotzdem auf. Ich renne. Was die? Ich hab's geschafft. Ausgang ist offen. Okay, nice. Soll ich sie retten gehen oder nicht? Ist das ein Random? Ja. Egal. Der Killer kommt. Dann heil mich. Der Killer kommt. Wo ist der? Oh, wow. Fuck, retten. Okay. Soll ich ihn retten gehen? Oh, der Killer ist da. Lieber an den. Sorry, an den Random. Das ging aber nicht mehr anders. Wir konnten mich nicht mehr retten. Wir werden sonst gestorben. Oh, fuck, man. Aber schönes Spiel. Also wir drei sind jetzt überhaupt, ne? Wir drei haben überlebt, ja. Oh, ich hab die Werkzeugkiste verdient. Das ist next. Hab ich auch in der Hand. So, Leute. Ja, habt ihr gesehen? Was wir doch zusammen dann schaffen können? Bis zum nächsten, Leute. Ciao.